Heute ist der 13. Dezember, hier ist wieder Axel's WhatsApp Adventskalender und schauen wir doch mal in das heutige Türchen rein. Oh, Helene Fischer, live im Fernsehen. Ist eine wunderbare Künstlerin, macht sehr gute Musik, ist sehr erfolgreich, sieht auch noch gut aus. Wirklich ein echter Augenschmaus. Also, genießt es, kauft euch die DVD, hört euch die Lieder an. Ist wirklich atemberaubend.